Endlich. Er ist da. War lange erwartet. Jetzt mit Pauken und Trompete und Fanfare enthüllt. Noch vor offizieller Markteinführung präsentierte der Volvo-Spezialist Autonova exklusiv und charmant den neuen XC40. Das seit knapp 45 Jahren in Glinde beheimatete Volvo-Traditionshaus hatte geladen. Und Freunde des Hauses folgten der Einladung. Schließlich bot sich auch nicht nur ein sehr exklusiver Blick auf den rebellischen Kompakt-SUV, sondern auch eine sehr ungezwungene Möglichkeit der Benzingespräche. Der XC40 von Volvo überzeugt. Er ist der neue Einstieg in die XC-Familie und wohl das sicherste Fahrzeug seiner Klasse. Weitere Informationen direkt im Betrieb im Biedenkamp 27 in Glinde oder unter auto-nova.de